Hallo zusammen, heute setzen wir uns mit dem Thema in der Fahrradwerkstatt auseinander. Warum plötzlich dieses Thema? Der Grund dafür ist ganz einfach. Wie Sie ja wissen, tauchen umweltbezogene Themen immer häufiger beim TSDAF auf. Deswegen müssen wir einiges zu diesem Thema klären. Fahrrad ist ja ein alternatives Verkehrsmittel und es wird häufig diskutiert, dass man statt Autos alternative Verkehrsmittel nutzen sollte. Deswegen ist dieses Thema für uns aktuell. Wir müssen einige Wörter zu diesem Thema besprechen. Sie sehen, dass hier ziemlich viele Sachen markiert sind. Ich bin sicher, dass Sie schon die meisten Sachen gehört haben oder zumindest gehört haben und vermutlich verstehen und kennen Sie schon die meisten davon. Jedoch, vielleicht gibt es einige Kleinigkeiten, die Sie noch nicht getroffen haben und wir werden uns heute damit auseinandersetzen, sodass Sie später in Ihren schriftlichen und möglichen Äußerungen verwenden könnten. Nummer 1 ist ziemlich einfach. Sicherlich haben Sie schon dieses Wort getroffen. Das heißt der Fahrradhelm. Plural ist die Fahrradhelme. Das ist die Sache, die uns vor Unfällen schützt. Nummer 2 ist das Vor-der-Licht. Plural ist die Vor-der-Lichter. Das ist diese Sache, die den Weg beleuchtet. Nummer 3 ist die Bremse. Plural ist die Bremsen. Das ist die Sache, die das Fahrrad stoppt. Nummer 4 ist die Gangschaltung. Plural ist die Gangschaltungen. Das ist die Sache in der Nähe von der Bremse. Und das ist die Sache, die die Geschwindigkeit des Fahrrads umschaltet. Nummer 5. Die Fahrradklingel. Plural ist die Fahrradklingeln. Das ist diese Sache, die signalisiert, dass wir in der Nähe von jemandem sind. Oder dass es eine Gefahr besteht. Nummer 6. Plural ist die Inbus-Schlüssel. Die Pluralform ist genauso wie Singular. Also das ist dieser Schlüssel hier. Und das ist ein universeller Schlüssel. Deswegen so. Der Name ist der Inbus-Schlüssel. Nummer 7. Der Schraubenschlüssel. Und Plural ist die Schraubenschlüssel. Das sind diese Schlüssel hier. Ziemlich bekannt. Ich weiß nicht, ob Sie gerade dieses Wort getroffen haben. Der Schraubenschlüssel. Aber sicherlich haben Sie das Wort der Schlüssel schon gehört. Und erkennen Sie das Wort ganz bestimmt. Nummer 8. Der Lenker. Plural ist die Lenker. Das ist die Sache, die das Fahrrad lenkt. Bestimmte Richtung dem Fahrrad gibt. Nummer 9. Der Sattel. Plural ist die Sättel. Das ist die Sache, worauf wir beim Fahren sitzen. Nummer 10. Der Flicken. Plural ist die Flicken. Und das ist die Sache. Das ist eigentlich ein Loch im Schlauch. Schlauch. Das ist Nummer 11. Der Schlauch. Die Schläuche. Und das ist diese Sache, in der sich Luft befindet. Der Schlauch ist im Reifen. Reifen ist Nummer 17. Der Reifen. Die Reifen. Ja, Nummer 17 ist hier. Dann weiter. Nummer 12. Das Rücklicht. Diese Sache, die tatsächlich das Fahrrad bewegt. Dann Nummer 14. Der Rahmen. Und Plural ist die Rahmen. Das ist eigentlich diese Sache, die tatsächlich eine Grundlage, oder wie kann man das formulieren? Eine Grundlage des Fahrrads ist. Das Pedal. Das Pedal. Das ist die Betonung hier. Das Pedal. Die Pedale. Das sind die Sachen, die Geschwindigkeit dem Fahrrad geben. So, wir bewegen uns mit den Füßen. Wir drehen diese Pedale nach vorne. Und das Fahrrad bewegt sich auch in diese Richtung. Nummer 16. Das Schutzblech. Und Plural ist die Schutzbleche. Das ist diese Sache hier, die eigentlich vor Schmutz uns schützt. Nummer 17. Hab ich schon erklärt. Der Reifen. Und Plural ist die Reifen. Das ist eine Sache aus Gummi hier, wo sich auch der Schlauch mit der Luft befindet. Und schließlich Nummer 18. Die Luftpumpe. Plural ist die Luftpumpen. Das ist diese Sache hier, die in den Schlauch Luft bringt. So, dass das Fahrrad nicht so schwer ist. So, dass wir frei durch die Straßen mit Leichtigkeit fahren können. Das sind alle Wörter, die zum Fahrrad gehören. Ja, hoffentlich haben sie einige. Hoffentlich haben sie sich einige gemerkt. Und wir können noch einige Aufgaben zu diesem Thema machen. Nicht so schwierig. Leicht würde ich sogar sagen. Aber klären wir, festigen wir einfach den Wortschatz zum Thema. In der Fahrradwerkstatt. Also achten Sie auch auf Genus. Werkstatt ist Feminin. Die Werkstatt. In der Werkstatt. Sam ist in der Fahrradwerkstatt. Was sagt er? Das ist vermutlich Sam. Und was sagt er? Setzen Sie ein. Ergänzen wir also. Ergänzen wir diese Lücken. Hallo, ich brauche einen neuen Blabla. Auf diesem kann ich nicht gut sitzen. Hallo, ich brauche einen neuen Sattel. Auf diesem kann ich nicht gut sitzen. Das war hier verständlich. Wir können gleich hier mal einschreiben. Sattel. Ja, die Schrift ist hier ziemlich groß. Wir müssen mal ein bisschen so kleiner machen. Sattel. Maskulin. Einen neuen Sattel. Auf diesem kann ich nicht gut sitzen. Nummer zwei. Und mein Vor-der-Rad ist kaputt. Im ist ein Loch. Mein Vor-der-Rad, Vor-der-Rad, das ist das Rad, ist kaputt. Im ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Im Schlauch. Im Schlauch ist ein Loch. Ergänzen wir. Im Schlauch ist ein Loch. Nummer drei. Hinten brauche ich mehr Luft. Habt ihr hier eine, ja sicherlich ist es die Luftpumpe. Eine Luftpumpe. Nummer vier. Und meine braucht Öl. Was braucht Öl? Vielleicht die Kette. Nummer 13. Die Kette. Und meine Kette oder Fahrradkette braucht Öl. Nummer fünf. Verkauft ihr eigentlich auch bla bla. Meine ist zu klein. Ich bekomme immer Kopfschmerzen. Okay. Kopfschmerzen. Das ist mit dem Kopf verbunden. Und das ist vermutlich der Helm. Verkauft ihr eigentlich auch Helme? Wir ergänzen es. So hier Pluralform. Verkauft ihr eigentlich auch Helme? Meine ist zu klein. Denn ich bekomme immer Kopfschmerzen. Ganz gut. Das haben wir geschafft. Nummer zwei. Also und mein Vor. Der Rad ist kaputt. Im Schlauch ist ein Loch. Und wenn im Schlauch ein Loch ist, dann müssen wir einen Flicken kleben. So, dass es nicht mehr kaputt ist. So, dass die Luft nicht mehr rauskommt. So, wir brauchen für das Loch den Flicken. Nummer zwei. Kaputtes Rad. Kennen Sie diese Probleme? Verbinden Sie. Okay, machen wir. Nummer eins. Wer ein Loch im Schlauch hat, der springt manchmal die Kette raus. Nein, das passt nicht. Dann sind vielleicht die Bremsklötze abgefahren. Auch nicht passend. Hat einen Platten. Ja, vermutlich ist das hier die Lösung. Rutscht er immer nach unten? Nein, das ist nicht korrekt. Also, wir wählen C für Nummer eins. Wer ein Loch im Schlauch hat, der hat einen Platten. Nummer zwei. Wer, wenn die Gangschaltung nicht in Ordnung ist, dann springt manchmal die Kette raus. Dann sind vielleicht die Bremsklötze abgefahren. Rutscht er immer nach unten? Nein, vielleicht ist das A. Wenn die Gangschaltung nicht in Ordnung ist, dann springt manchmal die Kette raus. So, Nummer zwei ist A. Nummer drei. Wenn der Sattel nicht fest genug ist, dann rutscht er immer nach unten. Geht die Bremse nicht, das ist Nummer vier, geht die Bremse nicht, dann sind vielleicht die Bremsklötze abgefahren. Abgefahren, das bedeutet, dass die Bremsklötze zu alt ist. Was ist das eigentlich, Bremsklötze? Das ist diese Sache hier, die das Rad und das Fahrrad im Allgemeinen tatsächlich stoppt. Wir drücken mal hier und dann festigt sich diese Bremsklötze und dann stoppt das Fahrrad. So, das war unsere kurze Arbeit am Wortschatz hier. Merken Sie sich, diese Wörter, umweltbezogene Themen sind wie gesagt populärer und populärer beim Testdorf meine ich. Und ja, es wäre gut, wenn Sie die Prüfer mit ein paar zu treffenden Wörtern überraschen können. Zum Beispiel zum Thema Sicherheit, also Helm, Bremse, Schlauch, Lenker, Klingel, Gangschaltung, das Vorderlicht oder der Reifen und so weiter. Also, diese Wörter sind aktuell und für den Alltag sind sie ebenfalls nützlich. Für heute wäre das alles. Arbeiten Sie ständig an Ihrem Wortschatz, erweitern Sie die Strukturen und versuchen Sie natürlich, diese Wörter auch in Ihren schriftlichen und mündlichen Äußerungen zu verwenden. Für heute verbleibe ich mit den freundlichen Grüßen. Viel Erfolg für Ihre Vorbereitung und bis nächstes Mal. Vielen Dank.